Kitzel sie mal unter dem Bauch. Du kannst die Finger noch ein bisschen drücker rein holen. Also die ist nicht so kitzelig wie die erste Schlampe, die ich hatte. Aber die ist auch kitzelig, ne? Das auch ist unruhigbar. Ich würde sagen, da kommt die Schlange gar nicht hinterher. Da kommt die Schlange echt nicht hinterher. Ich würde sagen, spannend wie scheiße, Alter. Jetzt ist es Sommer. Ich würde sagen, da kommt die Schlange nicht hinterher. Ich würde sagen, da kommt die Schlange nicht hinterher. Dann kommt die Schlange nicht hinterher. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020